hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge haus flippers so die vorigen runden haben wir ja relativ viel zum thema aufträge erledigt und dann war noch eine kurze folge blablabla so heute wird am haus des genießers weitergearbeitet wir haben ja einige räume schon fertig hier in survival mehr wenn man dann irgendwie durch ihn aber wenn man da jetzt hinein gehen dann ist ja hier schon ziemlich nicht schön aber aber meine lieben hier das bad das ist doch okay hier finden hier blumen endeutig so bl blumen blumen das ist auch schön schöne töpfe einen blumen darf die da auch cool aber wir nehmen davon wir kaufen viele wir stehen einmal da moment einmal daher und einmal da also akzente meine freunde akzente so und da kommt auch ein er so kann man jetzt sagen passt da überhaupt nicht hin richtig heute ich so dann wollen wir haben hier möbel lichter dekoration 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 das nicht oder wie groß ist denn das so jetzt kaufen oder das ist cool das ist cool das kann man da nämlich draufstehen zum beispiel und wir kaufen einfach viele genau weil wir stehen auch da einst auf stellen uns vor das ist genau so scheint einst auf super und stehen da einst auf super so wenn ich bringe da oben drauf ich bringe da oben drauf und da auf den kasten oben drauf stehen wir da nämlich oder zweit auf das gefällt mir eher weniger so dann kommt hier diese holographischen bäumchen wären das echte bäumchen wäre das ja super so mit dem blau kaufe viele so dann haben wir hier dann nochmal hier dann machen wir hier auch geht sich nicht aus auch schade so dann würde ich sagen 1 2 2 das töpfchen hier ja das zu weit hinten so moment ja ich weiß diese dekoration ist gar nicht davon nöten so kochbuch bleibt hier dann noch mal zurück wir brauchen das hier so das eine ist da ganz am rand da stehen wir da auch am rande her so und in die mitte so haben wir dann noch ein paar bildchen das ist super aber die brauchen wir damit gar nicht die bildchen die bildchen bildchen gibt es nach dem bildchen noch was zum beispiel da wunderbar wunderbar sehr schönes töpfchen wunderbar ist doch toll so dann haben wir würde ich mal sagen unser ziel erreicht ich glaube ich glaube ich kann nur so schnell über dem bildchen brauchen wir nicht so meist jetzt bei medica auch heiß sein uhr eine schöne dekorative ist schon okay oder ich würde mal sagen hast du lassen was alles gut so die man das bad ich bin zufrieden ja die akzente hier wo kerzen ich wollte auch noch kerzen oder dass was mit den kerzen lassen mal so die das kaufen sollte sich dann weiter einrichten so beginnen die frage ist wird dass der schlafzimmer ich würde nämlich sagen ja so licht an gibt es nicht gut wir machen schlafzimmer wir brauchen möbel und zwar möbel brauchen wir für schlafzimmer wir brauchen ja das wäre auch cool wenn man da sowieso antik also antik so eher schloss mäßig wenn ich aber wir werden ein oder machen wir das einfach kommen wir machen das einfach so wir machen kirsche so in creme wie zu drückenden so da kommt natürlich die heizung her moment moment wir schauen vorher noch was man noch für möbel was man noch für möbel da finden so wir hatten da oben diesen kasten genau der da hier brauchen die griffe natürlich in heller so der kommt daher ja wunderbar wunderbar so und an die wand in einem normalen kasten brauchen wir ja auch noch schminken ja warum nicht gibt es das auch in oh ja oh ja wunderbar da gibt es ja die leute die sagen nö bitte keinen spiegel wie so wie vom bett beziehungsweise erst verstehe ich irgendwie aber in dem fall müssen wir das leider so akzeptieren da haben wir den super und im kirsch bauen schon mal ja ja nachtisch jen so jetzt kaufen mal hier als nachtisch jen als nachtisch jen super sondern auch für schöne ansatz das jetzt ankläder schränke nachtische der ist ja auch cool so ankläder komode oder ach so wie haben wir schon hier hocker für den schminktisch genau das passt gut da könnte man auch so einen herstellen stellen wir da auch einen her oder so da in die ecke können auch einen stellen so zum gewand drauf werfen so aber vielleicht finden wir noch was anderes aber der ist ja auch nice nein der ist dunkel den immer nicht so passt oder passt so ankläder set passt betten passt kleiderschränke haben wir da so was richtig was richtig was jetzt natürlich dazu passt wäre das hier so verzicherungen haben wir irgendwie heller wobei kann man ruhig auch so machen griffe in gold würde vielleicht passen so und diese richtung so sehr 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 eindrucksvoll okay so wir brauchen auf jeden fall einen teppich wir brauchen mal einen boden einen boden fußboden da brauchen wir jetzt dunkle paneele die würden mich sehr ansprechen schon zum bettchen wobei das wäre natürlich auch bei sandern wenn jemand hinter um ja wir nehmen den da oben wir können aber auch wir können auch laminate nehmen okay wir merken das war so wenigen das kaufen viele nämlich von hier bis hier ganz schön viele super so wird immer besser immer besser wird das ganze so dann brauchen wir wir haben zwei breite fenster vielleicht klinge doch vor hänge mit breiten fenstern so vorhang vorhang so schmal aber kurz breit aber kurz breiter dunkler immens geht er würde es auch so tief der hängt so tief runter das geht natürlich gar nicht so weit kurz zum einbauen so nein 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 so war schon so oder vielleicht doch in so das passt vielleicht zu bitt das machen wir so einmal hier und den gleichen kaufen noch mal okay da fehlt die schminkmode steht ein wenig im weg wenn man nachher wieder hinstellen so genau und so schminkmode kommt natürlich wieder darüber kommt darüber hier super montieren spanger dran ja ja so unterlappen dran ja super verdammt ich habe schon wieder den fehler gemacht wobei er ist kürzer wir können rundherum lackieren das gut so den müssen wir wieder weg stellen ja dann stellen wir mal da her und dann stellen wir wieder hin so in der hohe hoffnung dass er vor im vorhang steht ja steht er super wir können natürlich den schminktisch auch hier dass man den da so einstellen so dann passt auch ich glaube das ist besser so wir brauchen das muss man auch noch montieren so stange diesmal geht ja wenn man die wände drunter machen können so die ich hätte die wände gerne ich hätte die wände gerne nicht bemalt sondern mit so panelen ja da brauchen wir natürlich die heizung so nö alles weg heizung 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 große heizung nö den da ja das ist halt das artige was jetzt nicht so im stil dann holzpaneele viel musterung schweres holz so stelle ich mir das vor genau dann kann man glauben warum im schloss naja so wir brauchen wende wende und zwar ziele ist nicht wir brauchen paneele so schwer mit musterung gibt es farben tapeten vielleicht lösen wir eine tapete so was zum beispiel wenn das jetzt so kaffee nicht aber das ist so zum beispiel kommt auch noch kaffee oder kaffee so oder aber wir schauen noch mal durch sowas da oder sowas gibt es leider nicht den anderen könnte man da die farbe wechseln ändern so zum beispiel so nein aber so wird schon fast zum ding passen zu den textilien hier die von textilien da kommen wir machen das kauf wieder ja kaufen wir da da und da so das muss reichen am anfang nicht mit dem hämmerchen gehe ich drauf super dann der nächste ich weiß nicht ob das reicht aber egal geht doch so jetzt springen aufs bett mit den guten straßen schuhen und kommen da nicht nach hinten aber vielleicht darauf springen da kommen auch nicht hin da müssen wir den vorhang den vorhang den kasten wegräumen das könnte man natürlich machen der vorständigkeit halber und ich tendiere dazu dass wir das auch tun so kaufe viele so eins und zwei und drei so kasten beim kommt später wieder ein muss draußen wohnen vorerst mal ja edel na bitte wenn es gefällt so haben wir hier wunderbar sehr schön sehr sehr schön so immer wieder aufladen gehen das natürlich dann über dem fenster das ist schon viel und gleich haben wir es durch du ach so darum müssen wir ja auch noch ich glaube wir müssen noch viel mehr kaufen aber man muss die fenster auch ihnen da also dass das würde ich ungern nur so lassen das gefällt mir nicht so super dann kaufen wir noch naja die buffer brauchen noch eins zwei drei so kaufen noch einmal einen stack hier beim und rüber wunderbar wunderbar so dann finden wir noch ein paar sachen für schlafzimmer so das können wir ablehnen das können abschießen hier mit dem themen wobei meine lieben wir können es auch so machen dass dieser schminktisch schminktisch das teil hier kommt hierher so und der große kasten und hier ja dann hat man nämlich den spiel nicht vom bett es gibt viele leute ich weiß die wollen das nicht mit dem spiegel so es gibt auch leute die wollen das mit dem spiegel so super dann würde ich mal sagen ganz toll der kann natürlich noch näher an die wand so das passt so so wunderbar wunderbar wir brauchen jetzt kerzen oder sowas so kerzen äh lichter königlich wandler aber da war doch gerade lichter königliche wandlampen nö oder nö so meine lieben ich muss ganz kurz auf pause drücken bin gleich wieder da da bin ich wieder sorry für die pause sorry für die unterbrechung ich hoffe ich schneide das alles aus ach ja so wir brauchen jetzt etwas hm etwas etwas königliches ich denke an das da oder das ist mir aber zu wenig aufwändig so ein riesen kristallluster ich nenne das so schwer und drückend licht ja wunderbar wunderbar so wir brauchen jetzt hier nämlich kerzen kerzen kerze genau den da brauchen wir in dem da wir brauchen zwei davon einmal einen hierher so und da in die fenster brauchen wir die normalen kerzen wir brauchen hierher so und da in die fenster brauchen wir die normalen kerzen es wird das haus des vampires so jetzt brauchen wir bücher bücher ja das ist gut über bürgen würden würden schlüsseln so das kommt gleich daher bücher überburden und schlösser super so was haben noch für bücher europäische schlösser ist schon mal ausgezeichnet kauf viele ja da und warum schminktisch weiß ich jetzt nicht aber da ist ja kein nachkasten so dann schauen wir noch mal und dann noch irgendwelche interessanteren hier die geheimnisse die brauchen natürlich auch so das kann da gerne drauf liegen und hier neben der kerze ebenfalls so brauchen wir hier noch blumen ich denke nein blumen wären übertrieben aber gemälde so ein gemälde so ein richtiges sein richtiges gemälde das natürlich vom eigenen schottischen land sitzt so oder das sieht doch nach gemälde aus sie zwar nach gemälde aus war passt hier irgendwie nicht so ganz so was haben wir noch schönes wir nichts was wir da reinhängen wollen denke ich mal okay so dekoration nein noch mal dekoration dekoration hier dekoration wir schauen hier noch mal gut das wäre doch auch cool aber wir haben sie einfach rein so passt überhaupt nicht passt überhaupt nicht das da ist das groß ja das ist echt groß hast du aber besser ist das von zu moment da war doch gerade grün so dann nehmen wir das von zu und hängen das vorerst mal hierher so wir nehmen das da mit dem schönen segelschiff der schminktisch passt doch gar nicht mehr her zu dem dinge da gleich wieder wieder herpassen ihr werdet sehen so den schämeln wir nehmen das büchlein wir nehmen das büchlein so wir nehmen das teil hier so und stehen es erst mal hier her ab der kanzler aber so das kommt da ganz nach hinten genau das kommt da rein der kerzen ständer der kann ruhig so so die gehängnisse des hauses mit der kerze des hauses so und der da so die so jetzt da Café okay kruselig so Ah, da kann man es also nicht aufdrehen. Okay, hier. Interessant. Gut, how auch ever, wie auch immer. So, Raum ist fertig. Schlafzimmer erledigt. So, die Tür ist natürlich, die werden wir jetzt auch gleich erledigen. Die darf nämlich nicht so bleiben. So, wir brauchen eine Türe, 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 Türe. Okay, Tür, Türe, Türe. Engelstür. So, wir brauchen, das ist die, die wir da haben. Wir brauchen eine schmale Badezimmertür. Schmal, brauchen eine normale Innen-Tür. Badezimmertür, nö, die da. So, die haben wir, Tür. Mit dem, Primär, zweite Farbe und die dritte, nämlich auch hier. Dann haben wir hier, Griff. War das so? War das so? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber so machen wir das. So, am nächsten Raum nehme ich fertig. Fertig. So, dazu. Sieht ja ganz gut aus, aber da drinnen, da hätte er echt nicht reingepasst. Das hätte echt nicht reingepasst. Nö. So. Irgendwas, Dekoration, irgendwas Dekoartiges. Dekoration. So. Dekoration. Ja, das ist doch dekorativ. Mhm, mhm. Jetzt kaufen. So, das ist dekorativ. Passt auch zum Schiff. Zum Schiff. So, kommt an die Wand. Und, ja, ob man es will oder nicht, bleibt jedem selber überlassen. So. Dann haben wir dekorative Steuerart. Sehr cool. Dekoration. Dekorationen. So, irgendwas noch, was unbedingt. Aber ich glaube, das haben wir alle schon durchgesehen. Und für das Thema passte nichts mehr dann. Da könnte man noch so eine Blume oder so. Nö. Eigentlich. So eine Hängeblume wäre vielleicht eine nette Sache, aber... Mhm. Ja. Ups. Ups. Das war nicht so gedacht. So. Ja, die Uhr lange Teppich. Ein Teppich wäre vielleicht drinnen. Der da. Iminidium. Jetzt kaufen. Hm. Probieren wir das mal. Wobei der ist sehr rot. Aber so unters Bett würde er doch gehen. Er kann nicht gehen. So. Was einige Teppiche alles im Haus machen. Ja. Ist so eine Frage. Was die da machen. So. Wir hängen das da her. Hängen das noch ein wenig da her. Und jetzt sagen wir bitte noch eine. Lampe. Lampe, Lampe, Lampe. 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 Dicken Lampe. Birke. Birke. Wo ist denn die Runde? Oh mein Gott. Oh, das ist aber auch. Das ist ja. Das ist ja. Also jetzt aber. So. Mit Körsche. Da müssen wir eigentlich da her stehen irgendwo. Super. So. Das war sehr gut jetzt mit der Lampe. Wir brauchen aber Lichter ist das glaube ich unter Lichter einzuordnen. Die da. Nö. Die. Nein. Leuchter. War das Leuchter? Leuchten. Ich kann das jetzt nicht tun. Steht rum. Warum auch immer. War das die? Ich glaube die war das. In leuchtenden Farben. So. Dann nehmen wir die nochmal. Jetzt kaufen. So. Ja. Ich glaube die war das. Super. Sehr edel. Naja. Fahrt's ab. Fahrt's ab. So. Dann würde ich sagen. Machen wir da auch gleich den Boden hier rein. Wobei Boden sind wir sehr zufrieden. Wir brauchen Wände. 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 Jetzt wollen wir da eher wieder in normal. Wir wollen Farben. Wir wollen. Welche Farben wollen wir denn? Wir wollen. Da war dieses Silbergrau. Schläfriges Blau vielleicht. Silbergrau. Grau. Nein. 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 Ihr weiß. Stahlgrau ist schon mal nicht schlecht. Silbereis. Den nehmen wir. Jetzt kaufen. Silbereis. So. Dafür schießen wir mal auf den. Auf den. Auf den. Und den Gips schießen wir auch ab. So. Wir haben den hier. Und machen hier die Wand mit Silbergrau. Kommt natürlich überhaupt nicht nach Grau rüber. Es liegt aber an der Beleuchtung hier drin. Ist aber okay. So. Dann die andere Seite. So. Wunderbar. Und die Vorder- und Rückwand würde ich gerne in einem dünkleren. In einer dünkleren Farbe machen. So. Super. So. Dünklere Farbe. Und zwar schauen wir nochmal. Silbereis. Zartes Kakao. Müll. Stahlgrau. Das könnten wir jetzt machen. Ist aber vielleicht so wenig grau können wir machen. Machen wir das. So. Silbereis haben wir gemacht. Stahlgrau. Ja. Dann kaufen wir den mal. Den Pop. So. Ach. Hängt wieder. So. Jetzt geht's aber. Wir nehmen den hier. Und fahren hier mal drüber. Ja. Man erkennt es nicht richtig. So. Aufgrund der Beleuchtung ist so. Etwas drüber halt. Aber das passt so. So. Irgendwem wird es schon gefallen. So. Dann haben wir den da. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Nö. Abschießen wollte ich ihn noch nicht. Ich würde sagen. Den packen wir mal da rein. Und den packen wir da auch mal rein. Und jetzt brauchen wir für das Vorzimmer. Wir haben hier mal wunderbar herrlich über die Bahn. Ein Gemälde. Zu Bahn. Zum Thema Bahn. Wunderbar. Wunderbar. So. Lichter. Wir wollen noch Lichter. So. Nö. Okay. Polarlicht. Ja. Das würde da auch gut hinpassen. Aber. Leucht. So. So. So an den Wengen. So. So wie Leuchtstoffröhren. Irgendwie. Aber indirekter. LED. Hm. Na gut. So. Dann machen wir hier. An dieser Dekoration. Bade und Möbel. Wohn. Vor. 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 Flur. So. Wir brauchen hier. Das unbedingt. Details in weiß. Vorderseite in schwarz. Farbe in weiß. Oder umgekehrt. Dass man sagt hier. Und das. Ja das wäre auch cool. So. Dann machen wir das. Daher an die Wand. So. Genau. Super. So. Dann. Hier brauchen wir. Das Kästchen. Das muss so sein. Mit Griffen. Das ist so. Egal. So egal. Das kann dann da sein. Und das selbe Kästchen. Das gleiche noch mal. Jetzt kaufen. So. Nämlich hier vor die Bahn. Aber das ist nicht schön. Du verstehst da in die Ecke. Es verdeckt nichts wichtiges. Jetzt passt's. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Dann brauchen wir im Flur von diesen Sachen hier. Das da. Die Metallhaken. Ansonsten weiß. Wir kaufen zwei davon. So nämlich nicht hier. Sondern an die Wand. So haben wir hier. Eins und zwei nehmen wir mal. Super. So das war der Flur. Kleiner Schrank Novan. Aber die Kommode können wir kaufen. Begriffe. Ja wir nehmen das so wie es ist. Unter Novan stellen wir es einfach drunter. Ach komm. Noch eine zweite. Jetzt kaufen. So. Einfach zwei nehmen wir mal. Die Laden blockieren sich hier nicht. Gut. Dann ist es okay. So wir können den natürlich auch. Da daneben so stellen. So dann blockiert sich hier gar nichts. Man kann trotzdem Autoschlüssel, Schminksachen, alles mögliche da reintun. So. Dann haben wir. Wie sieht denn das eigentlich aus? Schirm. Paravent. Cool. Sehr cool. Ich wollte eigentlich so einen Schirmständer, aber dass es sowas gibt. Kann man die auch? Was macht man mit dem? Ach vor das Fenster. Okay. Gut. Dann bräuchten wir noch Blumen oder Mülleimer. Ja. So Mistküppel oder Mülleimer? Mist. Wir probieren mit Mist. Komm, die Stiefel. Mistl. Nein. Nein. Oh. Wäre doch süß. Wäre süß. So. Wir haben den hier. Wir kaufen zwei. Einmal als Schirmständer geeignet. Oh. Ich wollte gerne da in die Ecke. Na gut. Dann halt da in die Ecke. So. Da. Und einmal da. So. Dann brauchen wir noch Foto. Oder Bilder. Dekorationen. Yeah. So. Hier ein Holzspiegel. Den nehmen wir da. Jawohl. Das geht sich nicht aus. Aber da kann man drüber hängen. Oh. Das ist schon ziemlich hoch. Aber ist okay. So. Viel besser. So. Wenn man sich angezogen hat, kann man immerhin. Oder natürlich hier. Auch gut. So. Dann fehlt an der Wand natürlich noch irgendwas. So. Da könnte. Da könnte. Da könnte. Auf jeden Fall ein hochformatiges. Das mit dem Panda, das war auch süß. So. Wie groß ist denn? So. Irgendwie, wenn ich das Bild ansehe, denke ich an Resident Evil 7. Ich habe nie gespielt, nie gespielt, Village. Nie gespielt. Ich habe von den ganzen Resident Evil nie eins gespielt. Noch nie. So. Wunderbar. Wunderbar. Weiß ich nicht, ob mir das gefällt. Aber wunderbar. Wunderbar. So. So. Ähm. Teppich. Trittteppich Blanky. Kann man den auch im Weiß hier haben? So. Ja. Let's go. Wow. Okay. Das muss umliegen. So. Ja. Jetzt passt er. Jetzt passt's. So. Da hätte ich noch gerne die, diesen Willkommenteppich. Teppich. Teppich. Tepp. Teppich. Ich kann das jetzt nicht tun. Ich kann das einfach nicht tun. Was auch immer. So. Diesen herzlich Willkommenteppich. Finde ich nicht. Okay. Wir werden ihn später finden. Dekorationen. So. Dann brauchen wir noch Dekorartikel drinnen. So. Und Creme. Jetzt kaufen. Irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Irgendwie nicht. So. Dekorartikel. Dekorartikel. Ähnlich von diesen Fotos her würde ich jetzt nicht noch welche hinhängen. Pflanzen. Pflanzen. Ja könnte man so. Das ist mal eines in die Ecke. Aber da ist kein Platz. Dort ist auch kein Platz. Da würde ich keine mehr reinstellen. Also ehrlich gesagt. Keine Pflanze. Da fehlt so ein kleines Teilchen. Kein Stiefvotterchen. Ah. So ein kleines Teilchen. So was. Romantische Hosen. Das könnte man schon hier her tun. Kommt. Wir stehen die da her. Ein bisschen Romantik darf nicht fehlen im Leben. So. 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 Dann. Degu, degu, degu. Da hätten wir die Küchenkräuter gehabt. Basilikum, Minze, Rosmarin. Ja super. Da wäre es gewesen. Kräuter sind da. So. Trotzdem hätte ich da noch gerne diese Fotos. Diese kleinen Bildchen. Da gibt es aber auch viele Pflanzen. So. Zurück. Pflanzen. Nö. Dekorationen. Hängende Deko. Hängende Deko. Traumfänger. Traumfänger. Ist er groß? Nö. Da. Dann hier. Hängende Deko. Warum auch nicht? Hängende Deko. Traumfänger zum Hängen von der Decke. Cool. Aber den brauchen wir jetzt nicht. So. Was haben wir dann noch? Dann. Dann. Pflanzen, Kamine, Spiegel. Stehende Deko. Stehende Deko. Der Deko. Die zwei Schwanenfigürchen. So. Nein. Viel zu groß. Aber da kommen die her. Hier. So. Was haben wir noch? Nö. Die Vasen nicht. So. Zurück. Stehende Deko Uhren. Wir brauchen eine Uhre. Die da. Da haben wir im besten Konstrast, oder? Ja. Ich denke, so ist am besten. So. Da könnte man es auch aufhängen. Da haben wir halt zwei Uhren. Die müssen halt immer nur gleich gehen. Oh. Das wäre ja schlimm. Die eine geht zu. Die andere geht zu. Das wäre schlimm. So. Was haben wir da noch? Wecker. Oh. Ja. Cool. So. Stehende Spiegelpflanzen. Kamine. Hängende Deko. Gemälde. Gemälde. Bilder. Gemälde. Poster. Bilder. Ja. Aber ich will eher diese Fotos. Diese kleinen Bildchen. Die hätte ich gerne gehabt. Kleine Bildchen. So. Reiseerinnerungen. Sowas in die Richtung. Sowas da. Dass man jetzt sagt. Zum Beispiel. Foto. Da. 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 Wir lassen den Raum jetzt so. Das passt so. Vorzimmer ist in Ordnung. Bis auf natürlich die Eingangstüre. Bäm. Wir brauchen eine neue Eingangstüre. So. Äh. Hier. Eingangstür. So. Eingangstür. Weitereingang. Eingangstür. Nicht in die Eingangstür. Wie den. Oh ja. Wir nehmen die mal. So. So. Schauen wir mal. Ja. Ist okay. Ist okay. Oh. Das ist nicht in die Eingangstür. Sieht keiner. Keiner sieht das. So. Dann fehlt nur noch dieser eine kleine Raum hier. Und den, meine Lieben, machen wir beim nächsten Mal. Oder? Ach komm. Wir machen ihn jetzt. Wir machen ihn jetzt. So. Tür zu. Ach ja. Zumindest ausmalen werden wir mal. So. Dann mal hier. So. Bumper ist eh keiner da. Sehr gut. Dann haben wir hier. So. So. Und gleich nochmal. So. Super. Läuft. Na. Und mit dem hier. Gehen wir es jetzt da an. Ja. Mal mal darum kämpfen, dass man freigelassen wird von den Kübeln. So. Und hier drunter noch. So. Dann sind wir nämlich nächste Folge. Wenn wir den Raum hier einrichten. Das ist ja kein großer Raum mehr. Machen noch ein wenig im Garten rum. Ich hoffe, wir machen im Garten rum, hat er gesagt. Ja. Und. So. Dann sind wir fertig mit dem Mäuschen. Haben wir alles gemacht. Alles gemacht. Alles gemacht. Ja. So. Die Tür werden wir auch gleich abschießen. Bäm. So. Meine Lieben. Das war's für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020